Herzlich Willkommen bei unseren Erfolgsgeschichten, die erste Erfolgsgeschichte heute mit Christel Kirchner. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir zu führen. Und ja, meine erste Frage ist dann auch gleich, liebe Christel, wie bist du denn überhaupt zu mir, zu uns und zu Matrix Two Point schlussendlich auch gekommen? Ja, erst mal ein Hallo und herzlichen Dank, dass ich das erste Interview mit dir machen darf. Und wie bin ich zu euch gekommen? Ich bin zu euch gekommen, weil ich euch einmal erlebt habe auf einem Erlebnisabend und mir ganz bewusst war, es geht um ganz schnelle Transformationen. Die mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Das hört sich so an, als hättest du deine Ziele jetzt erreicht. Ja, vielleicht erzählst du uns einfach, du warst bei uns auf einem Erlebnisabend, du hast Seminare mit uns gemacht auf Mallorca, in Hamburg und wo auch immer du sonst noch dabei warst. Was hat sich in deinem Leben verändert durch Matrix Two Point? Naja, da ich natürlich ganz viele Seminare bei euch belegt hatte und euch eigentlich immer gefolgt bin, weil ich das Gefühl hatte und das auch gespürt habe, dass mein Leben sich verändert hat, dass ich selbstbewusster geworden bin, mich einfach auch mit Menschen viel besser unterhalten konnte. Also es gibt so viele Dinge, die sich einfach verändert haben und natürlich auch beruflich. Damals habe ich ja noch gearbeitet. Das hört sich nach einem Erfolgsrezept an. Jetzt hast du damals noch gearbeitet und da kommen wir jetzt zu der eigentlichen Erfolgsgeschichte. Du hast nämlich dann irgendwann gewusst, du gehst in Rente und das war ein Zeitpunkt, wo du mich ja nochmal getroffen hast auf Mallorca. Genau, das war und das werde ich nie vergessen, das war im Mai 2017, also kurz bevor ich in Rente ging und bei einer Meditation hatte ich einfach das Gefühl, ich möchte auf Mallorca leben. Das heißt ja nicht immer, dass man das dann auch tut, wenn man sich etwas vornimmt, aber so ist es dann im Grunde genommen weitergegangen durch ganz viele Seminare, Workshops, die ich bei euch gemacht habe und habe ja dann auch noch vier Monate ganz in eurer Nähe in Sarcoma gelebt und daraus hat sich natürlich auch ganz schnell herausgestellt, dass wir tatsächlich auch eine WG machen möchten und so bin ich tatsächlich nach meiner Rente direkt nach Mallorca gegangen. Das ging alles ganz, ganz schnell. Ja, und das war im Mai, also ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wir haben auf den Felsen gesessen, übers Meer geschaut und haben einfach visualisiert und sind in unsere Zukunft gegangen und du warst hinterher ganz fertig und hast gesagt, ich habe mich auf Mallorca leben sehen und im Dezember bist du ja dann schon gekommen. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, haben wir zusammen eine WG gegründet, das heißt, du hast ja gut zwei Jahre mit Frank und mir und meiner Mutter zusammen auf der Finca gewohnt und wir haben ja da nicht aufgehört, in deinem Feld, in deiner Matrix optimale Lösungen einzuladen und ja, und eines der Themen, die du damals hattest, war, ich glaube, das war das Hauptthema, was wir immer wieder angegangen sind, so ein halbes Jahr lang haben wir gesagt, jetzt bist du soweit, du möchtest gerne nochmal eine glückliche, schöne Beziehung leben. Genau, das hatten wir ja auch schon länger, das war sogar schon in Hamburg, wo ich ja gewohnt habe, dass das immer Thema mal war, aber so im Nachhinein denke ich, ja, ich musste nach Mallorca, um den Mann kennenzulernen, der mein Leben natürlich auch so bereichert und wo ich total glücklich bin, es hatte natürlich einen kleinen Nachgeschmack für euch, weil ich ja aus eurer WG ausgezogen bin und das ging im Grunde genommen ganz schnell, ja, aber ich habe mich auch sofort heimisch bei dem neuen Partner, der heißt Robert und da habe ich mich einfach glücklich gefühlt und das tue ich immer noch. Also das war, für mich war das Matrix-Manifestation pur, weil wir beide haben ja gespürt, jetzt ist sie soweit, also es waren ein paar Blockaden da, es waren Ängste da, es war die Sorge da, jetzt in dem Alter und ja, was für ein Mensch kann denn das sein? und ich weiß noch, als du ihn kennengelernt hast, ihr habt euch in einem Restaurant getroffen und im Grunde genommen, es ist so selten, dass man das sagt, aber es hat einfach irgendwie gleich gepumpt, du kamst nach Hause und hast sofort erzählt, hast deinen Mann kennengelernt, dann hast du ihn ja nochmal wieder getroffen beim Einkaufen und dann war die Verabredung zum ersten Kaffee da und für mich war das der Tag, wo du die ersten Klamotten heimlich schon mitgenommen hast, wenn du ihn besucht hast, ich habe immer das Gefühl gehabt, das Zimmer wird immer leerer von Christen und man sieht Christen gar nicht mehr. Ja, und wir haben uns sehr für dich gefreut, sehr, sehr, sehr. Ja, das weiß ich auch und das ging natürlich sehr, sehr schnell und trotzdem auch immer irgendwie mit euch in Verbindung zu bleiben und es gibt ja immer wieder Themen oder vielleicht hat man auch bei einem Thema irgendwie eine Blockade und so das Gefühl zu haben, ihr seid auch immer wieder für mich da und ich kann jederzeit zu euch kommen, kann mal wieder ein Coaching nehmen, ich weiß ja, wie das manchmal ist, dass man dann einfach vielleicht auch mal ganz schnell Hilfe braucht. Ja, oder einfach weiterkommen will, du hast ja auch immer noch ein Ziel und auch jetzt ist deine Geschichte noch nicht zu Ende, weil ich war vor zwei Wochen, drei Wochen auf deinem Geburtstag und ja, da durfte ich erleben, irgendwie so eine Matrix-Geschichte weitergehen kann. Magst du uns das auch noch erzählen? Ja, ja, das war ein sehr schöner Tag. Ich habe mich ja sowieso schon gefreut, weil ich total schönes Wetter hatte, die Sonne schien, wir konnten draußen sitzen und ihr wart mit einer der liebsten Gäste. Es waren noch ein paar andere Gäste da und es war einfach ein ganz, ganz toller Tag. Und dann erzählte Robert auf einmal eine Geschichte, die ich erst gar nicht so richtig nachverfolgen konnte, weil das ging irgendwie um eine Frau und ich habe schon gedacht, na, welche Frau war es denn vor mir? Dabei hatte er mich gemeint und er machte mir einen Heiratsantrag. Jetzt bin ich immer noch gerührt. Sehr, sehr schön. Und da habe ich ja gar nicht mit gerechnet und ich glaube, keiner der Gäste hat damit gerechnet, was an dem Tag passiert. Nun bin ich verlobt. Und das ist sehr, sehr schön. Und du bist für mich ein Beispiel, wie es funktionieren kann, wenn wir uns von alten Konditionierungen lösen. Und du hast dich, du hast ja so viel von dir befreit, was jetzt noch sichtbar geworden ist, was wir auch in diesen zwei Jahren gemeinsam in der Finca erleben durften und auch jetzt in den zwei Jahren, wie ihr ja nun auch schon wieder zusammen seid, was sich da alles noch aus dir heraus entwickelt hat, was da wirklich an Perle in dir steckt. Und das ist sehr schön und ich weiß, dass ich bin neulich gefragt worden, warum ich diese Arbeit mache. Und dann habe ich gesagt, weil ich es liebe, wenn sich Menschen verändern und zwar zu sich selbst entwickeln und dieses Glück ausstrahlen, wie ich das bei dir und Robert sehen darf. Ja, eine sehr, sehr tolle Zeit und sie ist ja auch noch nicht vorbei. Man wächst ja immer weiter und ich freue mich auch auf die nächste Zeit mit euch. Wir freuen uns auch auf die Zeit mit euch und war gar nicht schlimm, Christel, oder? Hast du es überlebt? Hat mir Spaß gemacht. Ja, ne? Okay, also Dankeschön und ja und jeder, der Lust hat, uns seine Erfolgsgeschichte mit Martina und Frank Klimpel und Matrix Two Point zu erzählen, fühlt euch herzlich eingeladen, mir zu schreiben und seid einfach dabei. Vielen, vielen Dank.